Und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Kirmes-Teilkonten. Ja, zuletzt hatten wir ja den Platz hier, uns den Platz beworben. Ich habe dann zwischenzeitlich offscreen mal kurz reingeschnüffelt und gesehen, dass wir den Platz auch bekommen haben. Ihr seht, Spielzeitbeginn, erster Vierter, das heißt, wir müssen jetzt, ihr seht, 31. den Betrieb dann natürlich möglichst schnell hinbringen. Dazu müssen wir jetzt die Mitarbeiter, die wir uns da geholt haben, beauftragen, das Geschäft zu transportieren. Aber der Server spielen brauchen wir nicht bis hierhin. Ihr seht selber, der spielt gerade ein bisschen bei Server. Aber geht ja noch. Ja, ich habe dieses Mal, wie ihr ja mitbekommen habt, habe ich mir dieses Mal LKW-Fahrer geholt, weil die können alles. Okay. Okay. So, gut. Okay. Okay. So, Gut. So, wir bringen jetzt unseren Wohnwagen natürlich auch noch mit diesem zweiten Auto auf den Platz. Genau, der fährt dann. Ja, die werden heute um 10 Uhr da sein. Das heißt, ich werde dann später auch gleich noch aufbauen, wenn ich wieder von meiner Unternehmung komme, weil ich meinen Chef jetzt dann mal helfe, bzw. die CW helfe, seine Elkwes zu putzen. Ja, wir haben 2800 Taler noch, das heißt, wir können auch diesmal die Platzgebühr bezahlen, was natürlich brillant ist und dann können wir richtig loslegen. Vom Prinzip her, wer ist das dann eigentlich schon wieder gewesen. Ich hoffe, euch hat das kleine Videochen gefallen. Viel kann man ja hier immer nicht machen. Das heißt, es werden weiterhin immer so kleine Mini-Parts sein. Aber trotz allem hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Falls ihr neu seid, würde ich mich natürlich über ein Abo sehr freuen. Und naja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke und tschü tschü.